Musik Na, sind Sie schwul? Nein! Naja, wahrscheinlich pädophil, oder? Auch nicht. Na, Sie armen. Anscheinend kastriert. Nicht, dass ich wüsste. Gebete, das glauben Sie alles selber nicht. Sie wollen ein Priester sein? Ich bin nicht schwul und nicht kastriert, nicht pädophil, auch nicht frustriert und dennoch Priester. Ich Dracula und bin ein Star, ich bin die Null, ja das ist cool und dennoch. Wir sind 405.067 katholische Priester. Sünde erlöste Menschen. Es ist ein einzigartiger Beruf, der Chef der Firma ist Gott, der die Welt erschuf. Es schuf, auch viel Priester. Ich bin exotisch, nicht erotisch, idiotisch, asymptotisch und dennoch Priester. Ich bete, ich bete, wir lebe jetzt und hier, ich esse kein Fleisch und trinke kein Bier und dennoch Priester. Wir sind 405.067 katholische Priester, laut Statistik. Sünde erlöste Menschen, weil du manchmal Bieste. Es ist ein einzigartiger Beruf. Der Chef der Firma ist Gott, der die Welt erschuf, auch vom Priester. Ich hab kein Auto, kein TV, hab Bock auf nichts, bin niemals blau und dennoch Priester. Ich war verliebt, doch nie verlobt, bin nun verheiratet mit Gott und dennoch Priester. Wir sind 405.000 katholische Priester. Sünde erlöste Menschen. Manchmal Bieste. Es ist ein einzigartiger Beruf. Der Chef der Firma ist Gott, der die Welt erschuf, auch vom Priester. Ich bin nicht schwul, nicht kastriert, nicht pädophil, auch nicht frustriert, dennoch Priester. Ich bin exotisch, nicht erotisch, idiotisch, asymptotisch, dennoch Priester. Ich war verliebt, doch nie verlobt, bin nun verheiratet mit Gott. Und deshalb, Priester. If you can, join the club.